Happy Birthday to you, Happy Birthday to you Moment, ähm, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way Hey Leute und willkommen zum 10. Türchen des veganen Weihnachtselfen-Weihnachtskalender-Türchen-Videos oder irgendwie so ähnlich Ja, wie gesagt, das 10. Türchen und heute geht es wieder was Schönes zu gewinnen Eine kleine Verlosung, wie auch schon die letzten Male Ja, falls ihr die ersten neuen Türchen verpasst haben solltet, unten sind nochmal die Links dazu Außerdem gibt es auch eine Playlist und auf meiner Facebook-Seite werde ich auch jeden Tag die aktuellsten Weihnachtstürchen posten Ja, in der Endcard findet ihr auch nochmal die Türchen von gestern und morgen Also gestern war das Lenas Wunderwelt und morgen ist das der Gesundheitsagent Ja, wie schon gesagt, ist heute für euch etwas zu gewinnen, also eine kleine Verlosung Unter anderem gibt es das Kochsvegan an Weihnachten Rezepteheft in ausdrückter Form Das heißt, ich werde euch das Heft ausdrucken und per Post zusenden Und hinten dran werde ich noch mehr Rezepte heften Und zwar alle die, die ich bisher in schriftlicher Form habe, denn ich habe ja ungefähr schätzungsweise vor einem halben Jahr angefangen Die Rezepte nicht nur als Videos zu machen, sondern auch als PDF zu erstellen Und das sollten ja so über 20 Rezepte sein, ich weiß es nicht ganz genau jetzt Ja, die Rezepte werde ich euch ausdrucken und noch mit dazu heften Das heißt, ihr habt so ungefähr 40, 50 Rezepte auf einmal Ja, um teilzunehmen müsst ihr einfach nur auf YouTube gehen Also nicht auf Facebook oder irgendwo anders Sondern schreibt mir einen Kommentar auf YouTube unter dieses Video Und ich würde gerne von euch wissen, was ihr denn an Heiligabend essen werdet Beziehungsweise plan zu essen Und ja, wenn ihr das noch nicht wissen solltet, dann schreibt mir einfach, was ihr letztes Jahr gegessen habt Ja, das würde mich interessieren Alle, die mir ihr Weihnachtsmenü oder ihr Weihnachtsessen unter dieses Video schreiben Unter all dem werde ich diese Rezeptbesammlung auslosen und dann zusenden Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit Und vergesst nicht, dass es noch bis zum 24. von vielen anderen YouTubern jeden Tag ein Türchen gibt Mit einer Verlosung oder einem Gewinnspiel Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall Wie gesagt, die Links alle unter diesem Video Also ja, bis dann Tschö Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020